3 weiter natürlich auch auch schuldet mir in der Tat das ist so geil nachher die Rocket Beans brauchen finanzielle Unterstützung wenn sie ihre Projekte weiter durchsetzen wollen die Sonnen heißt eigentlich und deshalb habe ich ihn auch gezogen das ist ein bisschen was dahinter nicht Alter von hinten kommt der Kerl wie konnte er mich töten er ist doch im eigenen Team was ist denn das für ein hässlicher Bug das ist kein Bug in Wettrüsten geht das he 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 ja seltsam In Wettrüsten kannst du Mates töten Ja, komm, gegen ne Shotgun. Ich hatte ne P90. Ja und, die ist auf die Range. Auf die Range kommt die Shotgun wahrscheinlich nicht mal an. Ja, genau. Ich geb dir zwei Hits und du überlebst, ne? Oh, fuck, das ist falsch. 115 und 2. Da ist mein Forrest DBT. Äh, Didi-Port. 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 Nein! Nein! Oh! Irgendwie. Verreck. Hör auf da hinten, da um zu sneaken. Jetzt darf ich mal! Mentos! Was? Ich treff wie so'n Schweine, echt. Schweinein. Ja, du kennst Deluxe nicht. Nein! Geht da lang? Aha, da geht da lang. Uah! Oh, na super. Wahnsinn. Geiler Spawn, nicht? Mhm. Genau in meinem Face. Indio-Facebook. Och, Mann. So wird es gemacht. AWP Boss, halt. Nein! Ist der doch da? Nö, ist er nicht. Nein! Mh! Die Laune sinkt ein wenig. Kann das sein? Ich bin gerade irgendwie konzentriert. Achso. Gut, Sprayn ist nicht unbedingt immer sehr klug, aber hey. Es klappt! Mh, nein! Nein! Lass das! Lass das! Einfach lassen! Geh! Er schießt von der Seite auf mich, trifft kein einziges Mal. Ich drehe mich um und gebe dem Geagle One-Click. Bam! Nein! Alter! Und dann hat mich ein anderer von hinten abgestaubt. Das ist leicht bitter für dich. Verpiss dich! Musik! Nein! Scheiße! Nein! Alter! Haha! Jawohl! Fuck! Oh, Glück gehabt! Nein! Nein! Aus! Du tötest den teammate nicht! Dein Maid hat vor mir so geleckt, dass ich ihn nicht messern konnte. Der hat sich kurz davor weggeportet. Ja, und ich drück dir diegel! Ich kann ihn nicht töten! Nein! Mann! Ich hab für den drei Rechtsklicks gebraucht, weil der so geleckt hat. Ja, gönn dir. Und ich steh schon wieder ganz oben! Aber diesmal war's gut. Diesmal hab ich gut gespielt. Oh! Die... Scheiße, wär das fast tief genug. Dann geht's in Gelegenheitsspiel. Watt, 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 watt! Die Runde noch, dann geht's in Gelegenheitsspiel. Oh! Ich weiß, dass heute die Folge zu spät kommt. Das war so scheiße aus grad. Let's go! Let's go! Wenn das der Kevin wieder sieht, ey. Was? Was ich grad gemacht hab. Wieso? Äh... Warte mal. Das ist jetzt Minute... Ja, circa Minute 6. Und ich mach's nochmal. Keine Ahnung, ob das dann noch wirklich später so sein wird, aber... Ich nehm einfach mal mit auf. Mal gucken, was rauskommt. Move it! Move it! Ich hab auch... Ich hab auch echt... Ich hab auch echt... Ich hab auch echt... Ich hab auch echt... Ich hab auch extra... War ich bislang immer relativ ruhig. Oh Gott, das war ein Bot. Na, go! Und der letzte war ein Headshot. Natürlich. Interessant! Hier. Natürlich. Spray and pray vom Destiner. Woah! Nein! Ach, lasst mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe in das Haus. Na... Alter, da ist einer schon bei 6. Nein! Ich hätte gerade das epischste Knife der Welt gemacht. Ich verkack's. Oh, Mann! Ich hab grad nachgeladen, du Opfer, ey! Hoffentlich zu töten, wenn ich am Nachladen bin. Woah... Wie geil. Oh shit. Oh, das war ein Team-Made? Ja. Das sind ein paar... Gegner? Und das warst du! Japp! Oha! Angehittet wird, dass man denkt, es ist ein Gegner. Sich dann zu ihm hin dreht und dann der Gegner von der anderen Seite kommt. Au. Hätte Leertaste drücken sollen. Ja, danke! Könnt ihr mal aufhören, mich anzuschließen? Alter! Könnt ihr mal aufhören, zu dritt zu kommen? Ist mir scheißegal, dass ich grad bei euch im Spawn war. Du da... Du da... Scheiß, das war ein Team-Made! Fuck! Ich bin ein Team-Made hinterher gerannt! Ah... Ne... Bin doch dem richtigen hinterher gerannt, aber... Irgendwie war da noch ein Team-Made. Oh! Das war klug! Oh, fuck! Daneben geschossen! Ne, ich hab ihn gebergen! Alter, ich krieg halt keine Kills, ne? Nein! Lass... Mein Team-Made in... Hallo? Ruhe! Loll, ich war beim ersten Mal voll auf dir drauf! You got it! Ich hab kein Nidmarker bekommen! Fuck! Nein! Ey, ich fäll grad wie nichts Gutes, ne? Ja, und ich hab grad mit der Galil gefehlt. Gut. Nicht so bitter wie... Hallo? What the fuck? Farmers... Woa! Alter, springt ja direkt'n Gegner vor mir runter! Oh... Oh... Alter! Ich bin ausgesprungen! Boah! Bin von über dir vom Haus gesprungen! Lass es! Hä? Woh... Ich hab wieder zwei Mal gehittet eigentlich! Acht! Leben! Ah! Oh, dann reicht dir ein Linkskick-Nive! Ach, halt's mal. Hey, ohne Spaß, ich krieg keine Kills mehr. Wo seid ihr alle? Hey, da ist einer. Ist schon mal gut. Oh, shit. Alter! Weißt du, sprayt dir die halbe Map, wohlwissend, dass ich wenig Leben hab. Das ist ein Teammate. Der ist gestorben. Ich hab auch Leben verloren. Das waren Schüsse. Mann, ich kann mit der Auge nicht sprayen. Wow. Nein, ich hätte die Messer an sollen. Nein, bleibst du da? Nein. Ich bin doch sonst immer so gut. Jetzt hab ich gefailt mit der Auge. Fick dich. No-Scope-Headshot. In die Fresse. Ganz schön lange Runde eigentlich sogar. Ja, irgendwie schon. Ich fail auch gerade hart. Bei mir hält sich's mit dem Aim auch so in Grenzen. Da kämmt einer bei euch im Spawn. Dein Ernst? Äh, sein Ernst. Na, ich kann ja nix dafür. Ja, ja. Zwei hits hab ich ihm sogar gegeben. Das ist in Ordnung. Da fliegt ne Leiche von oben runter. Ja, das passiert manchmal. Alter Schwede. Alter, ich treff grad gar nichts, ne? Sieht einfach so geil aus. Hä, what the fuck? Nein, echt? Woah, alter! Dieser Kerl. Dieser lila Gruben, ey. Äh, und der Teammate kann auch nix. Super. Kenn ich irgendwo her. Mhm. In Wettrüsten hab ich aber immer das Glück eigentlich. Only. Aber, ja, ich bin natürlich wieder der Beste aus meinem Team. Alter, Schwede. Und, wenn man jetzt denken mag, nein, ich bin kein Angeber. Ich find's traurig, dass ich der Beste bin. Knife krieg ich auch niemanden. Alter, und du beschwerst dich immer, dass wir so bei uns, dass wir immer so bei euch sind. Boah. So hat er das gemacht. Ja. Ja, alle rein. Da muss schon was da rauskommen. Ja, ist richtig. Okay, das war nicht mal ich. Schade. Nein. Nein. Die Runde war echt nicht witzig. Mann. Jetzt war ich mal so gut. Einigermaßen zumindest. Ab in die Gelegenheitsrunde. Soll ich vielleicht noch quitten. Ja, stimmt eigentlich. Nicht mehr mal für eine Hans-Minn-Kiste für mich. Das Hamas-Colomb. Ganz klar. Das ist nicht verarschen. Hallo, ich habe jetzt die Auch-Chameleon vom Kampf gezeichnet drin. Toll. Die ist ja auch so viel wert. Die ist super. Ganz gegen Desert Strike umtauschen. Ne, nicht mal. Ne, der ist die Chameleon mehr wert. Ich glaube, die ist irgendwo 1,30 rum wert.